Jetzt. Okay. Gib du mal dein Zielverzeichnis ein. Kein Thema. Das ist richtig. Ha 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 ha. Ha 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 ha. So bin ich. So, jetzt nehme ich nämlich auch auf. Oh Gott, nein. Schön, oder? Jetzt ist alles vorbei. Jetzt muss ich hier erstmal bei Skype nochmal auf Optionen drücken, denn mein Mikrofon in Note 23 wird leiser. Ich arbeite nicht. Irgendwas ist mit Note 23 komisch, ich weiß aber nicht was. Naja, auf jeden Fall, mein PC ist kaputt und ich muss jetzt noch einen guten Monat warten, bis ich einen neuen habe. Was betrifft das meine Let's Plays? Ganz einfach, alle Videos sind weg. Darunter auch neun Parts von Mario Kart Wii. Nein. Tja, aber das ist nicht das Einzigste. Wir haben nämlich auch ne freudige Mitteilung, darüber hinaus zu machen. Ja, wir brechen das Projekt nämlich ab. Ihr müsst endlich diese Scheiße nicht mehr gucken. Äh, nein, nein, äh, Quatsch, das war's ja gar nicht. Ähm. Ich hab das so vermisst. Zwei Wochen musste ich jetzt gut darauf warten. Ha ha ha. Ja, äh. Nein, wir haben wirklich ne freudige Ankündigung. Und zwar dadurch, dass der liebe Herr Siqueanu Nummer 88 ja, ähm, auch dann bald einen neuen PC hat. Im Moment sitze ich am Laptop meines Vaters. Im Moment sitze ich am Laptop seines Vaters, genau. Wir haben das Ganze schon, äh, getestet, ähm, am Laptop jetzt momentan. Wir können wieder Hamachi starten, Leute. Das heißt, es kann endlich mal wieder was anderes kommen, außer Mario Kart Wii. Mhm. Wir könnten zum Beispiel Mystic Ninja auch irgendwann mal beenden. Was wir vor einem Jahr angefangen haben. Oh Gott. Ha ha ha. Wenn du noch die Save-Dateien davon hast. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, ich hab da nichts rausgelöscht. Falls nicht, müssten wir bis dahin nochmal neu spielen. Ich hab zu einer Zwischenzeit auch einen neuen PC gekriegt damals, aber es müsste noch trotzdem alles drauf sein. Aber gut, müssten wir mal gucken. Mhm. Auf jeden Fall darfst du jetzt weiterreden. Echt? Mhm. Ich hab dich ja mitten im Satz unterbrochen. Hab ich? Äh, hast du? Ja. Oh Gott. Was hab ich denn, was wollte ich denn sagen? Äh, da ist Mario Kart Wii und jetzt auch noch, äh, Hamachi funktioniert wieder und Ja. Wir könnten neue Projekte machen. Genau. Und das ist traurig. Ja, was hat das denn jetzt mit Mario Kart Wii auf sich? Ja, mit Mario Kart Wii auf sich, ähm, hat es folgendes. Und zwar, ähm, wir werden das Projekt, zwar nicht abrechnen oder so, aber wir werden es ein bisschen beschneiden. Reduzieren, ja. Ähm, ja. Weil wir haben jetzt, ähm, die Sache, ich hab nun mal leider maximal einen Tag in der Woche, wenn überhaupt das mal jede Woche klappt. Und, ähm, dementsprechend müssen wir das an diesem Abend machen. Das bedeutet, wir können, wenn wir noch ein anderes Projekt starten wollen, nicht mehr zwei Stunden Mario Kart Wii machen, sondern vielleicht nur noch eine Stunde oder so. Da müssen wir mal gucken. Hm, sprich eine Stunde Mario Kart Wii und dann noch, äh, die zweite Stunde ein neues Projekt über Hamachi. Genau, richtig. Also es werden nicht mehr ganz so große Mario Kart Wii Sessions kommen. Es sei denn, es kann natürlich immer mal kommen, dass wir sagen, so, heute nehmen wir mal fünf Stunden Mario Kart Wii auf und so. Also, ich denke, das kann man kurzfristig entscheiden. Ihr werdet auf jeden Fall immer informiert. Wenn wir die, wenn wir die, ähm, Rennen ankündigen, steht ja die Uhrzeit auch immer dabei. Ihr seht's ja dann, ob dann eine Stunde oder zwei oder wie auch immer. Ja, ich denke, ja, ich denke einfach mal, es ist auch schöner, dann, äh, nicht immer nur von uns beiden MKV zu sehen, sondern auch irgendwas anderes im Wechsel. Genau. Und, äh, das ist einfach eine super tolle Sache und darüber freue ich mich sehr, dass wir diese Möglichkeit wieder haben. Wie gesagt, wir haben's getestet, gerade mit dem Setsun, Setsun, Tamachi und Esleaf. Super. Ja, hat wirklich gut geklappt. Ähm, für meinen Kanal betreffend möchte ich noch kurz ankündigen, dass ich den lieben Keanu auch demnächst mal ganz gerne bei Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3 dabei hätte. Ähm, aktuell hab ich die Buhsager komplett aufgenommen. Jetzt muss ich mal schauen, wann ich die Zeit finde, ihn mal mit dazuzunehmen, weil das sieht bei mir im Moment Gastkommentator-Technisch ziemlich schlecht aus. Aber, ähm, ich werd ihn auf jeden Fall die nächsten Wochen mal mit dazunehmen. Da könnt ihr also auch schon mal mit rechnen. So, jetzt können wir das ja auch morgen machen, dann ist ja Samstag. Gucken wir mal, wie wir Zeit haben. Auf jeden Fall werdet ihr ihn bald sehen. Also, so mal Gastkommentator-mäßig. Nicht Dauergast-mäßig, aber, ähm, mal so zwei, drei Parts oder so. Mal schauen. Das bedeutet ja, dass ich mein Essen nicht absorbieren durfte. Ach, ist das schade. Das ist echt schade. Ich hoffe, du bist auf den Gag eingegangen, denn ich hab bisher nur noch den Part mit 10,19 gesehen. Ähm. Und Garlic Junior. Ich weiß das gar nicht. Ich glaub, ich hab da irgendwas am Anfang erwähnt. Aber, ach Gott, ist so lange her. Ach, ja. Ja. Ich bin froh, dass wir wieder Dingens machen können seit fast einem Jahr. Ist Hamachi wieder für uns da. Ja. Es ist wunderschön. Es ist so wunderschön. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das war euer Keanu und... Euer WeHawk AP. Mit... Jetzt wollt ihr schon Let's Play Mario Kart Wii sagen. Ja, okay, meines Wegen. Das war ein Mario Kart Wii-Partner-offizieller. Unfassbar, oder? Mhm. So viel Mario Kart Wii hab ich noch nie in meinem Leben gespielt. Und vor allem gesehen. Ja. Ja. Unfassbar. Na gut. Bis dann. Ciao. Ciao.